Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Epic Legends So, ähm, ja, letztes Video war ganz gut, da sind wir hier typisch geworden Auch in der letzten Runde Also kurz Und der was? Ah Gott Aber ich spring so viele hin, ne? Ich spring hier in Zug Ich spring da hin Man muss aber ein bisschen abchecken, wo die Leute hinspringen Habe hier eine Anpassung gefunden Amboss-Empfänger Errichte Zaun, meins Ihr Einbring mit dem Zaunfall Ha 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 Was so witzig, wa? Stufe 1 Starte den Countdown Achtung! Nicht alle von uns sind im Ring Hier ist eine Flatline Hab ihr ein Körperschild gefunden? Stufe 1 Ich hab hier eine Anpassung Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin Stufe 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 Ich hab hier eine Anpassung Hier ist ein Standardschaft Hier ist ein Standardschaft Stufe 1 Ich habe diesen Frachtbott getroffen Das könnte ich machen Hm? Hier ist eine Optik Für Nadis tanzen Habe hier eine Anpassung gefunden Feuermodus Hier ist eine Hier sind Schrott Hier ist eine Mosambik Helm hier drüben Stufe 2 Hier ist ein Bogenstern Der Ring ist in der Nähe Und wir haben noch eine Minute Reichlich Zeit für ein bisschen Spaß Da drüben ist ein offener Versorgungsbelter Habe hier eine Anpassung gefunden Joke Ring ist in der Nähe 45 Sekunden Stufe 1 Hier ist ein Helstar Hier ist ein Hauptdeck Für Nadis tanzen Ich habe hier eine Sentinel gefunden Gut, hier sind alle weit weg Dann muss ich da mal hinterher rennen, was? Wir sind im Ring Noch 30 Sekunden Hier ist ein Hauptdeck Für Nadis tanzen Na, ich wurde getroffen Wir sind nicht allein Sieht mal ihr, R Ruhe jetzt Keine Stürme mehr Errichtet Saum Wird der Saum überflitten? Wissen wir Rein in den Ring Das gehört mir Finger weg Das war der letzte Jetzt sind sie alle tot Lade Schilde auf Geekna, genau hier! Ja Achtung, hier ist ein Kehrpaket aus. Da draußen ist ein Kehrpaket. Hier ist schwere Munition. Ich bedanke mich nicht. Kein Problem. Lade Schille auf. Benut ein Medikit. Erkunden mir diesen Weg. Hab dich gehört. Bringt mir ein erweitertes schweres Magazin. Portal platziert. Schon okay. Hier ist ein Sprungturm. Passt uns, vielleicht gibt es da lang was Gutes. Was soll die Kacke? Das leckt mich. Hier ist ein Schafschütz in Schaft. Stufe 2. Springe ins Licht. Meins. Danke. Hier ist ein Optik. Für Nadelsatz. Vielleicht gibt es ihre gute Beute. Hier ist ein Laufstabilisator. Stufe 1. Jetzt hat sich's ausgechampiont was. Ein anderer Squad war vor uns hier. Hier ist eine Optik. Für nahe Distanzen. Meins. Danke. Beste Mann. Hier ist ein Spitt. Hab hier ein Körperschild gefunden. Stufe 2. Vielen Dank. Heiko, was ist mit denen? Fünf scotst du noch? Da hinten steht ein Zug. Bau ein Tunnel. Fein wird aus nicht hieb. Ziehen wir sich denn da drüben. Ich hab das Portal aufgestellt. Ja, was machst du denn mal für ne Gritze? Ich verstehe sie nicht, was ich da mache. Gehen wir hier entlang. Ihr risst Schärfschützen, wir nicht hier. Ziel gesichtet, da drüben. Ihr risst eine Optik für Mitteldistancen. Ich sehe genau hier nach. Erkunden wir diesen Weg. Ja. Die schießen auf mich. Der Rüger ist nicht gut. Der Rüger ist nicht gut. Ich brauche Schärfschützenmunition. Zehn Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Da drüben ist ein Hautträger. Ich freue mich auf Sie. Der Ring, Sie hat sich. Ich hab sie durchlassen. Gehen wir hier entlang. Wir sollten Ihren Kampi hier entlang. Verfangen Sie. Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Gehen wir da entlang. Was ist denn los mit euch? Kontakt. Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Folge dem Tunnel. Ach so, schnell will ich da hinterher rennen. Wir haben noch zwei weitere Sports. Hier ist ein Körperschild. Stufe 3. Runde 3. Stattelring Countdown. Nun richtig. Wenn ihr jemand durchkommt, werden wir es erfahren. Gebt mir Gesundheit. Gehen wir hier entlang. Preis Gott. Hier ist eine Optik. Genalpass. Habe hier eine Anpassung gefunden. Meins. Stopp ist das Trigger. Hier ist eine R99. Lass es. Lass es. Ich bin da hochgekommen. Puh. Was? Ich bewache die Erkunden mir diesen Weg Ich verteidige diesen Bereich Hier kommt niemand lebend durch Vielleicht geben wir da lang was Gutes Mal sehen aufs hier Erkunden mir diesen Weg Nur ein paar Meter bis zum Ring Und noch eine ganze Minute Ich bewache die Ich gehe hier rück Ich behalte diese Ja Erkunden mir diesen Weg Feinkontakt Erkunden mir diesen Weg 45 Sekunden Kontakt mit Gegner Sonst hätte ich da hochkommen, du Pimmel Gehen wir ihr entlang Allons Sie Okay Zwei Platz noch Und auszäunen Zehn Sekunden, Ring ist nah Kontakt mit Ziel Ich bedanke mich nicht Handt uns Schiss bringt Frischfleisch Wir sind alle außerhalb des Rings Wenn ihr tot seid, könnt ihr niemanden wegpusten Da draußen ist ein Kerrpack Gehen wir hier entlang Da draußen ist hier Reingesichtet Gehen wir da Reingesichtet Greife den Feind an Ich brauche Scharfschätten Munition Ich gehe Ihres Land Wir haben in der Schicht Wir haben zur Brust Dazir Dazir Sicher Gehen wir Gehen wir Wir haben Errichte Klauen Die Klauen Die Klauen ist geschlossen Hier ist ein Aufblick. Anpassung hier. Ciao. Merci. Schon okay. Sie sind gerade genau hier. Ich arbeite nicht hier beschnitten. Letzter Spot. Vielleicht gibt es da lang was Gutes. Ich bin nicht bereit. Sie qualieren er. Splittergranate unterwegs. Ein Fahrerunterzug. Ich habe eine Feind aufgeschaltet. Wer ist der Amit? Ich wurde angestellt. Ich wurde angestellt. Ich wurde angestellt. Oh, jetzt. Ich stehe unter Geschuss. Wer ist der Amit? Wer ist der Amit? Ich habe das Geschehen der Seiten beobachtet. Wer ist der Amit? Wer ist der Amit? Ich bin nicht mehr auf. Der Amit unterfügt. Ich bin nicht mehr auf. Ich habe das Geschehen der Seiten beobachtet. Ich bin nicht mehr auf. 30 Sekunden, um in diesen Ring zu kommen. Ich bin nicht mehr auf. erste runde direkt mal er läuft sehr schön sehr schön trägt erste runde ist wahrscheinlich die nächsten nächsten wohnen wahrscheinlich dauerstirmen also wenn es kommt so gefallen ich habe echt wenig erzählt gerade ich war so im spiel vertieft in der runde ich darf vorstellen ich darf vorstellen ich will endlich blut vergießen falls ihr es noch nicht wusstet man kommt hier hin indem man gewinnt viel glück das hier könnte ein guter landeplatz sein da draußen ist ein haupträger es geht los das wird ein langer fall macht sicher spaß ich gehe darüber der nächste ring ist weit weg hier ist ein scharfschützenschaft stufe zwei ich fresse blei ein ziel ausgeschaltet hier ist schwere munition hier ist ein phoenix kit denke nicht dass ich dir was schulde ich habe hier ein erweitertes scharfschützenmagazin stufe zwei es gibt einen neuen kill spitzenreiter und ich bin schlecht zu ich könnte die däckung brauchen danke für die rückendeckung Assi! Eine Minute, dann schließt sich der Ring. Der Ring ist weit weg, 45 Sekunden. Ich brauche Gesundheit. Kurze Pause, lecke mich zusammen. Hier ist ein DMR Longbow. Hier ist ein Körperschild, Stufe 2. Hier ist eine Optik. Vermitteldistanzen. Ringaktuelle Bewegung. Ich sehe auf der Karte, dass der Ring sich bewegt. Hier ist ein Havoc-Gewehr. Hier ist ein Schrotflintenverschluss, Stufe 3. Er führt die Feuerrate. Da draußen ist ein Kehrpaket. Hier ist ein Scharfschützenschaft. Ich brauche mehr Kills. Was ist da drüben? Teil schon geplündert. Feind gesichtet. Ich! Kontakt mit Gegner! Feuer! Oh oh! Ich kann mein glücknerischer Rauch! Da! Nummer 2! Da! Nummer 2! Da! Nummer 2! Position! Oder warten wir jetzt! Ich brauche mehr Kills. Was ist da drüben? Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Neuer Killspitzenreiter, meldet jedenfalls sehen Sie es. Und los geht's! Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Es ist nichts mehr. Hier ist ein G7-Scout. Hier ist ein R-301. Das brauche ich. Ich brauche Gesundheit. Ich habe das nicht für dich gemacht. Ich habe hier ein erweitertes Scharfschützenmagazin. Stufe 3. So, 5 Scouts noch. Kontakt. Gehen wir dort entlang. Ja. Der Ring ist weit weg und nur noch eine Minute Zeit. Der Ring ist weit weg und nur noch eine Minute Zeit. Gehen. Was ist das? Wir sollten hier entlang. Gehen wir dort entlang. Alle guten Dinge sind drei. Gesamtes Quot am Boden. Ich brauche Gesundheit. Hier ist eine Spritze. Nehmen wir diesen Weg. Heilig. Kurze Pause. Schicke mich zusammen. Direkt rausgegangen der Trottel. Boah, der Ring ist ja fucking weit weg. Heilig. Der nächste Ring ist weit weg. 110 Medikit. Sekunde. Benutze ein Medikit. Sekunde. Benutze ein Medikit. Kurze Pause. Lecke mich zusammen. Benutze ein Medikit. Sekunde. Lade Schilde auf. Benutze ein Medikit. Der Ring ist in der Nähe. Gib mir Gesundheit. In einer Minute schließt er sich. Gib mir Gesundheit. Ich bedanke mich nicht. Immer gern. 45 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Ich weiß nur, ob er Gas ging. Ring ist in der Nähe. 30 Sekunden. Denke nicht, dass ich dir was schulde. Vielleicht bist du ja doch nützlich. 4 Squats noch. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ring ist direkt voraus. Wann? Ring schließt sich. Es geht los. Der Ring bewegt sich. Achtung. Liefere Care-Paket aus. Care-Paket kommt. Wir müssen zur Landezone. Da draußen ist hier. Kontakt. Da drüben. Feind. Ich habe da drüben ein Opfer gesehen. Runde 4. Starte Ring-Countdown. Ich habe nur so eine dämliche Pro-Loy. Hier ist ein Standardschaft. Stufe 1. girls. Oh Gott. Eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Ring ist in der Nähe. 45 Sekunden. 3.0. Der Ring ist in der Nähe. Puh, da wird nachher spannend hochziehen. 10 Sekunden. Ring ist direkt voraus. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Gute Arbeit. Wir sind im nächsten Ring. Fett. Hier ist ein DM-Holambo. Hier ist eine Spritze. Wenn's so richtig eng ist. Ich bedanke mich nicht. Dankeschön. Hier ist eine Schildbatterie. Ich habe das nicht für dich gemacht. Immer noch vier sofort. Hier ist ein erweitertes Leichtes Magazin. Stufe 3. Nur noch zwei am Rissquats übrig. Ring ist in der Nähe. Eine Minute haben wir noch. Veranstalten wir ein Massaker. Jagen wir hier drüben. 45 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. 30 Sekunden, um in diesen Ring zu kommen. Da draußen ist jemand. Geringe Entfernung zum Ring. Noch zehn. Wir brauchen Wirkungsdreffen. Wir brauchen Wirkungsdreffen. Wir brauchen Wirkungsdreffen. Wir machen das mit einem Schild. Eine Aufladung. so ne dumme Kacke wieder ne da das war ich hätte noch hochgehen sollen so liebe leute dann bin ich mal das video die fährt wohl ganz geil nicht diesmal richtig gut was euch gefallen ist gerne mal daumen nach oben da würde mich selber freuen und das war besser als ich gedacht erste runde direkt schon champion gewonnen kann man sich nicht beschweren wenn ihr bock drauf habt seid gerne mal am nächsten mit dabei vielleicht schaffen wir ja mal zwei runden hintereinander was damit ja richtig lässig wäre vielleicht auch nicht mal gucken und dann wünsche ich euch auch immer noch einen schönen tag bis dahin und zübüüü